Und schon wieder. Hast du angemacht? Ja. So, jetzt geht's los. Wie ist es anbricht aus? So, mir war, genau. Guten Abend. Guten Abend. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja. Sie hatten es aber eilig. Sie waren ziemlich weit weg. Ich bin maximal Geschwindigkeit gefahren und sind da rein gekommen. Ja, sonst kommen wir Ihnen ja nicht hinterher. Warum? Ich bin doch nicht auffällig gewesen, oder? Ja. Deswegen. Eben ist Ausgangssperre. Ja. Na gut. Und den Fahrzeugschein bitte. Achso, den Fahrzeugschein. Sorry. Oh, danke. Filmen Sie sich gerne, oder? Ja. Okay. Darf ich das nicht? Ja. War ja nur eine Frage, oder? Ja. Ja klar, natürlich. War auch nur eine Frage. Darf man noch einen triftigen Grund fragen, warum Sie die Wohnung verlassen? Sie dürfen mich fragen, ob ich einen habe. Ja, ich habe einen triftigen Grund. Und welchen? Das muss ich, glaube ich, nicht sagen. Das wäre aber gut für Sie, wenn Sie noch nicht sagen. Nein, das stimmt nicht, weil Sie, das ist Strafrecht. Das ist gar kein Problem. Dann schreiben wir Ordnungswidrigkeiten anzeigen, dann können Sie sich an... Richtig, richtig, genau. Sie haben Ordnungswidrigkeiten, beziehungsweise Strafrecht. Das heißt, die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, Sie sind in der Pflicht zu beweisen, dass ich keinen triftigen Grund hatte. Viel Spaß. Hätten Sie vielleicht einen Personalausweis dabei? Ja. So, Herr Gerloff. Da Sie nicht sagen wollen, welchen kräftigen Grund Sie haben, nach 21 Uhr die Wohnung zu verlassen, nimmt grundsätzlich mal eine Ordnungswidrigkeit vor. Aus dem Grund wird eine Ordnungswidrigkeit vorgegen Sie eingeleitet. Ja. Da werden Sie bei uns als Betroffener geführt. Ja. Und als Betroffener müssen Sie die Personalien vollständig und korrekt angeben. Das weiß ich, klar. Natürlich. Dann stellt das auch eine Ordnungswidrigkeit dar. Ja. Gerloff ist auch der Geburtsname. Genau. Da Sie bei uns als Betroffener geführt werden, können Sie Angaben zu der Sache machen, müssen Sie nicht? Soll ich was dazu aufschreiben oder sagen Sie, Sie machen keine Angaben zu der Sache? Ich habe einen oder wir haben einen triftigen Grund, nach 21 Uhr draußen zu sein oder draußen gewesen zu sein. Dann schreibe ich das so auf. Genau. Dann komme ich gleich nochmal zu Ihnen. Dann können Sie sich das Besuch nochmal anschauen und dann unterschriften, dann wäre es eingeschränkt gewesen. Okay. Ja klar. Ich komme mal zu Ihnen rüber. Ja. Möchten Sie sich zur Sache äußern oder nicht? Ähm, ja. Ich sage nur dazu, wir hatten einen triftigen Grund, nach 21 Uhr draußen zu sein. Sonst möchte ich das nichts dazu sagen? Nein. Keine Aussage. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie ein Spiel spielen wollen. Das ist einfach nur das... Ja. So wie man Wald Nelschreiz, so kommt es zurück. Wenn Sie jetzt sagen, Sie waren einkaufen oder Sie waren im Krankenhaus, dann ist das überhaupt kein Problem. Nein, nein, der Punkt ist der. Ja, also wir haben definitiv einen triftigen Grund und das ist auch in Ordnung. Aber ich unterstütze einfach so einen Müll an Gesetz nicht. Ja. Böse gewesen, weil das Gesetz, weil der blöde Söder es sagt. Das ist so ein Schwachsinn und deswegen gibt es keine Antwort, ganz einfach. Also es gibt ja gute Gesetze und es gibt absolute Müllgesetze und das zählt genau dazu. Es ist so ein Müllgesetz, das gehört abgeschafft und nur weil so ein Penner wie der Söder das sagt, was würden Sie denn machen, wenn er sagen würde, Sie müssen jetzt in Unterhose zur Arbeit kommen? Würden Sie es dann auch machen? Das ist ja genauso sinnlos. Ja, aber das... Nee, Sie müssen es nicht. Sie können als Polizist auch einfach sagen, ich unterstütze so einen Blödsinn nicht und ich fahre jetzt nicht zu schnell, um dem hinterherzukommen, weil... Ich weiß ja auch zum Beispiel nicht, ob Sie einen Führerstand haben. Ja, natürlich, das ist ja was anderes, aber es ging ja jetzt darum... Auch, aber es ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, dafür zu schnell zu fahren, das ist glaube ich dann kein Grund. Für was? Und für eine allgemeine Verkehrskontrolle, jemand mit 160 Sachen, wo 100 erlaubt sind, das glaube ich nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Das natürlich nicht. Wir würden gerne mal einen Tag für uns mitfahren. Kein Ding. Ja, ich finde es zumindest unmoralisch und da glaube ich geben Sie mir recht. Weil es gibt ja die Geschwindigkeitsregeln aus bestimmten Gründen. Und wenn man dann nur, weil man jemanden sieht und eine Personenkontrolle machen will oder eine Führerscheinkontrolle, dann 60 Sachen zu schnell fährt, dann glaube ich, ist das nicht moralisch in Ordnung. Und da müssten Sie mir eigentlich, wenn Sie logisch denken, mir zustimmen. Ja, da denke ich mal lieber nach. Ja. Wenn uns die nächsten 100 davon fahren. Ne, klar, natürlich. Ne, ich bin nicht davon gefahren. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ich appelliere an Ihre Vernunft für die Zukunft. Wie kann man, bitte unterlassen Sie das so einen Blödsinn zu unterstützen. Das ist doch der größte Müll, den es gibt. Das ist aber unser Job. Ne, aber ja, klar. Aber das ist halt die Frage, wie weit Sie gehen. Nur weil es Ihr Job ist. Wenn mein Job fährt, wenn mein Job fährt. Wenn Sie fahren irgendwo, dann wäre das überhaupt kein Problem. Wir haben... Ne, wir haben... Ne, klar, natürlich. Werden Sie jetzt seit 10 Minuten daheim? Das weiß ich doch alles. Das ist auch in Ordnung. Wir haben einen trittigen Grund, deswegen werden wir auch aus der Sache ohne Probleme rauskommen. Das ist nicht das Ding. Aber mir geht es einfach darum, ich will ja auch Menschen aufwecken. Und ich will sie aufwecken, weil anscheinend geht das nicht von alleine. Ja, ich weiß, das ist schlimm. Das ist schlimm, dass es so ist. Wirklich schlimm. Richtig. Und deswegen, wenn es heißt mit dem Korken am Arsch rumlaufen, weil die Aerosole auch beim Furzen austreten, dann stecken sie sich auch im Korken in den Arsch oder was. Alles mal ernsthaft. Das ist doch wirklich lächerlich. Das ist so ein lächerlicher Scheiß. Welcher... Es geht ja immer um Risiko und Gefahr. Also... Was ist das für eine Gefahr, wenn zwei Leute heimfahren in ihrem Auto, die auch noch verheiratet sind und den ganzen Tag beim Einkaufen oder sonst wo Zeit hatten, Leute zu infizieren. Es ist so ein Blödsinn. Und das müssen sie sich doch vor Augen halten. Was sollen wir jetzt machen? Gar nichts. In Zukunft keine Leute mehr anhalten wegen so einem Scheiß. Also schönen Abend noch. Ja klar. Das ist doch egal. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Okay. Schönen Abend noch. Eika Pinn... Tisch. ... Vielen Dank.